A1.2. Ermitteln Sie rechnerisch den Flächenhalt der Figur aus A1.0. Schauen wir uns nochmal die Figur von oben an. Wir haben hier einen Kreissektor plus ein Dreieck. Und damit wissen wir auch schon, wie die beiden Figuren zusammengestellt werden. Also hier haben wir unseren Kreissektor und hier haben wir unser Dreieck. Müssen wir die entsprechenden Formel nehmen und einfach zusammenbauen. Also Flächenhalt gesamt berechnet sich aus der Fläche des Dreiecks plus Fläche des Sektors. Wir fangen mit dem Dreieck an. Wir schauen zur Formelsammlung nach. Wir brauchen die Flächenformel für das Dreieck. Hier haben wir das rechte Dreieck. Beim allgemeinen Dreieck stehen die Flächenformel, die wir brauchen. einmal 1,5 mal c mal hc, also Grundseite mal Höhe, oder 1,5 mal Seite, Seite mal Sinus, ein geschlossener Winkel. Schauen wir uns oben an, welche Formel besser ist. Vielleicht kennen wir schon für eine Formel alle benötigten Seiten bzw. alle benötigten Größen. Wir fangen mit dem Dreieck an. Mache ich schnell alles nochmal raus. So, für das Dreieck, was kennen wir alles? Wir kennen die Strecke a, m und c, m. Und zusätzlich kennen wir den Winkel mit 53,13 Grad. So, wenn wir das so einzeichnen, sehen wir eigentlich schon, wir haben eine Seite, wir haben eine zweite Seite und wir haben einen eingeschlossenen Winkel. Also bietet sich hier die zweite Formel an, 1,5 mal Seite mal Sinus, ein geschlossener Winkel. Setzen wir gleich ein, Flächenheit vom Dreieck ist 0,5 mal, die Seite war die Strecke a, m, mal c, m, das waren die beiden Seiten, mal Sinus, ein geschlossener Winkel. Das war der Winkel c, m, d. So, setzen wir die bekannten Größen ein, 0,5 mal, am oben aus der Aufgabe sind 5 cm, cm sind ebenfalls 5 cm und der cmd, haben wir oben angegeben, sind 53,13 Grad. Ich schaue zu sicher nochmal nach, hier haben wir stehen 53,13. So, das tippen wir in ganz normalen Taschenrechner ein und dann kommen raus, Achtung, auf zwei Nachkommastellenrunden sind dann 10,00 Quadratzentimeter. Damit haben wir das Dreieck berechnet, als nächstes brauchen wir noch den Sektor. Nehmen wir unsere Formelsammlung zu Hilfe, schauen nach, wo ist der Kreis zu finden. So, beim Kreis, wie gesagt, wir brauchen den Sektor und dann haben wir auch schon hier Flächeninhalt vom Sektor, a ist gleich Alpha durch 360 Grad mal Radius Quadrat mal Pi. Das ist wie vorher oben beim Kreisbogen, der Alpha ist der Öffnungswinkel, den haben wir schon berechnet, das war der Winkel, schauen wir schnell nach, BMC, also Winkel BMC durch 360 Grad mal Radius Quadrat, und das ist die Strecke BM zum Quadrat mal Pi. Ja, oben hier nochmal reingeschaut, der Kreissektor ist ja dieses Stück. Wir brauchen also diesen Winkel hier, den kennen wir ja schon und die Strecke MB ist ja auch durch die Angabe bekannt, also können wir alle Größen entnehmen. So, setzen wir ein. BMC sind die 126,87 Grad geteilt durch die 360 Grad mal BM sind 5 Zentimeter, wissen wir aus der Aufgabenstellung, mal Pi, das können wir jetzt auch in den beliebigen Taschenrechner eingeben, das sind dann 27,68 Quadratzentimeter. So, jetzt haben wir es schon erfasst. Der Flächenhalt gesamt ist also 10,00 plus die 27,68, das sind also 37,68 Quadratzentimeter. Und damit sind wir auch schon fertig.